Musik 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 Ah, ich bin ja heute runtergeladen. Ich hab mich vorbereitet. Hihihi. Wollen wir auch das erste mal, ne? Hast du auch diesmal ausgeschlafen? Ne. Gesteamt erstmal. So, ich hab hier eine Leiche. Ich hab eine Leiche gefunden. Jawoll! Die Map ist ja mal voll cool. Losend. Die Map ist über, über. Oh, hi. Dankeschön. Oh, hier ist eine Änderung. Detektiv! Wo ist Detektiv? Was ist das denn? Luca! Hier ist eine Leiche! Luka! Identifizier die Leiche! Luka! Die Map gibt's auch bei Nacht? Ich möchte mal was testen. Einmal, ey, ein paar, wie du gerade dein Ernstes nochmal gesagt hast. Dazu. Geh weg. X tausendmal. Da schießt jemand. Ich entschärfe das TNT. Aber da ist ein TNT so. Hallo! Detektiv! Jemand hat... Jemand hat... Den Survivor getötet. Ja, Fabi ist es. Er zerschießt einfach rein. Fabi schießt, ja. Das kann man nicht schneller machen. Traitor-Geheimgang aufgemacht. Mega die Abkürzung. Was für ein Schwachsinn. Nice jump, Fabi. Wo ist eigentlich Parry? Ne, beim Laden. Also. Langsames Internet. Weiß wer der ist, dass der stirbt, wenn ich Traitor bin. Definitiv, Luca. Esu. Ja, warum soll ich das sein? Fabi, was? Fabi, was? Fabi hört hier gerade, ähm... Ich hab noch ne Leiche gefunden. Hier, jetzt noch ne Leiche. Woll'n Enderman. Woll'n Enderman. Brrrr. Wollt ihr nicht mit der ganze Scheiße denn? Das ist voll cool, vorne bei dem Schweinestall steht echt ein Enderman rum. Oha. Ohja. Ich würd' interessieren, ob man dann irgendwie... ...aktivieren kann, oder so. Weil mich eben noch nicht jeder da oder wieso war ich da? Voll geil. Das war ein bisschen Sinn. LOL, die Schweine sind tot. Habt ihr das gesehen? War bestimmt Enderman. Du bist voll gut, ey. Das ist beste Map jetzt. Du bist der Enderman oder Traitor. Wir haben einen Huhn gefunden. Ja. Von Luca kann die Dinger jetzt nicht trotzdem welche gegensteuern. Ah. LOL, du hast Schaden bekommen, ne. Dadurch. Die Map ist ja auch im Dunkel. Von deinem scheiß Schwein. Ach, jetzt. Hahaha. Hahaha. Daddy, wo bist du? Daddy. Hinter dir. Guck mal hier. Wo? Guck mal hier. Das Schwein, das lebt nicht mehr. Hast du mich grad getestet, lol? Wieso bist du nicht gestorben? Nebenschossen hat der Sheila. Loll, die Schweine kann man nicht mehr werfen. War gut so. Loll. 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 Ich, ich, äh. Baby. Wow. Oha. Alter, ich bin fast tot. Wer hat mich hier runter ins Feuer geswitcht? Wer hat das Feuer geworfen? Entschuldigung, Alter. Wer hat das Feuer geworfen von euch? Perry ist es. Perry ist im Traitor-Shop. Alter. Ich brauche Heilung. Ich wurde hier kaputt gemacht. Wird wohl gar keine Heilung geben. Wer ist denn hier? Gab's hier Wölf? Hm. Ne, ne. Aber trotzdem gibt's hier tote Wölf. Ich hab einen Wölf gefunden. Ich auch. Ich bräuchte aber jetzt wirklich Heilung, Perry. Das ist schön, aber ich hab ihm die Golden Gun gekauft. Mann. In der Nase verschossen. Hier war jeder, die deckt sich immer Golden Gun holen. Was? Endermann. Loll. Oh, Schweine. Was geht los? Der Mucca ist es. Ich glaub, Johnny McMatze ist es. Ich glaub, Johnny McMatze ist es. Nee, ich bin voll proven. Ich glaub, Jesus ist es. Als wenn ich Map erkunde, was hier so alles gibt. Kann das Ding nicht werfen. So macht man das. Nee, du kannst ihn nicht mehr werfen. Hier ist ganz viel Blut. Alter. Alter. Ich hör hier Endermann Geräusche. Hier hinten ist mein Endermann. Alter. Alter. Wie hat irgendjemand diese Frösche gesetzt? Fuck ey. Nein! Okay, warum ist... Wo sind Frösche? Alter, hier ist uns ein bisschen verbuggt, oder? Ich bin, äh, Froschhunter. Oh. Hier sind voll verbergt. Alter, wir sind... Alter, wir sind... Alter, wir sind... Ach, wir sind die Frösche. Wo sind die Frösche hin? Weiß ich nicht. Da war da jemand noch hier. Hier vorne sind welche. Man hört einfach Mucker nur Nein schreien. Ich glaube gerade auf Matze. Nee, so ist es. Ich hab da... Ich hab da so'n Gefühl mit Matze. Warum soll ich das wieder sein? Ich ahne, warum nicht? Nee. Ich denk Matze. Ich glaube nicht, das ist gut. Oder Fabi. Fabi ist auch wundet. Alter, ich packe hier den Boden fest. Ouch. Das ist ein bisschen creepy mit den Endermen. Ey, diesmal warum schießt du auf mich? Hä? Gar nicht geschossen. Alles klar, Matze ist es. Ja. Wo ist er denn? Der ist beim Wasser. Wird grad vom Fröschen angekommen. Ach, da ist noch ein Frosch. Der ist hinten bei der Leiter. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt töten kann einfach. Ich hab grad auf den Frosch geschossen. Oh, hier ist ein toter Creeper. Ich hab da veröffentlicht. Der war ja nicht so. Der ist nicht so. Ich bin jetzt noch einig. 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 Aber ist jetzt noch einig. ich hab dir so das perfekte adb gegeben weil tote tiere und so weiter dies war creepy die map weil tote tiere und endermen und ein endermen mehrere endermen aber wird mir schaden zugefügt war okay wer hat ja du bist selber ko ist oder hast du die nicht geworfen die also ich hab die smoker ich glaube ich glaube er hat einen detektiv oder er ich glaube er hat einen ich habe den zweiten detektiv getötet luka 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 über dir hier luka die bei dir er versucht sich an mich ranzuschleichen komm hier hin ich hab hier einen ninja stern eine kreisäge warum bist du ein prrrr ich weiß nicht weil ich eben gerade durch so das interview da bin exkurs jetzt oh leil bestimmt ein endermen bis zu groß er hat sich in schrift gekocht neee oh ich hink fest neoooo ich schneid dir die füße ab einmal die kedde so warte warte bleibt mal stehen nicht bewegen verinnern sie tun nein nicht bewegen du darfst dich nicht bewegen Boah, kennt ihr von Star Trek den? Der hat so ne Scheibe Was? Es kommt so ein Glatzkopf von Star Trek Der hat so ne schwarze Scheibe Voll die komischen Brillen Wieso hat dieser eigentlich so wenig HP? Hast du jemanden grad getötet? Und wieso kennt der Sir Perry Eigentlich alle Games lang da an einer Stelle? Ich gar nicht Hallo, Maxi Du hattest am Anfang schon von so ner Incentory getroffen Alter Ich bin eh schon angeschlagen jetzt Lass mich da hoch Au Gehst du jetzt da weg? Ich kann ja gar nicht um mich zu schießen Du hattest ein Schild da Jetzt beschwer dich mal nicht Du hattest ein Schild da Ja Musst du mal testen Ob das Bullet Sehen wir jetzt eigentlich alle? Traitor noch oder? Ne, einer schon tot So ein Franzose schon gestorben Oh Gott Stimmt ja, der wollte sich ja Auf mich ein Franzose schon Alter Du F***er Ist er gestorben? Ne, ich hab aber fast kein Life mehr Ne Die Feuergranate hat er geworfen WTF? Mucca? Hast du grad auf mich geschossen Mucca? Alles klar Das war meine Traitor Traitor Unlock Waffe Oh, Perry ist da Guten Tag, Perry Nein Nein Okay, geht's mal Ach, da macht einer den coolen Geheimgang auf Ich meine, das versucht das jemand Ich kenne ja nicht mehr die Reihenfolge Wie viel Geheimgang? Es gibt doch hier diesen einen Geheimgang Der in diesem Hauptgebäude Ah Luca kann für den Ja, aber ich kenne nicht mehr die Reihenfolge von den Teilen Der hat da grad geschossen Oh, ich nicht Oh, irgendjemand hat gesnipet Irgendjemand hat auf mich gesnipet Harry vielleicht? Wo ist Harry gerade? Der hat sich wegteleportiert Der hat sich wegteleportiert Harry oder wer? Ich stehe neben dir den so Oh, Mann Lol Der ist mir grad runtergefallen Lol Alter Der einzige der Teleporter benutzt ist eigentlich Matze Was? Das stimmt eigentlich nicht, ne? Matze Und der sucht sich grad ne andere Waffe Hm, Matze Was ist denn mit deiner Waffe? Meine Waffe? Der hätte grad weggeschnitten Sniper Verdammt Ich bin grad noch runtergefallen Oh, Mann Oh, Mann Der Luca, der hat mich mit einem goldenen Dessert über den Rücken geschossen Hier gibt's voll viele neue Sachen Was wolltest du da eigentlich Wolltest du denn mit dem Action war? Hatte ich nur noch 10 Minuten Nein Wolltest du mir nen Headshot geben Oder was wolltest du hinter mir? Mein Oh, Mann Ab ins Feuer Du hast das Tram oder so Wie dem runtergefallen Und hat er von hinten gegillt Hm Oh, Fabi Ja 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 Gersi Ich darf keinen Teleporter Schulze Er hat mich verraten Wieso? Dass du Angst Hm Total Aua! Fabi! Aua! Ey! Ey! Nicht auf mich! Ich bin Detektiv! Hallo Peri! Ich tut mir dieses Farb! Ich tut mir dieses Farb! Bullshit! Dann wohl alle auf Fabi! Was war das? Komm wir gehen halt aufs Dach! Wo? Fabi? Wieso bist du verletzt? Wurde von Piranhas angegriffen! Hier gibt es keine Piranhas! Ja, Luca lebt noch! Ja, der lebt noch! Identifizieren! Das war innocent! Da oben wurde einer grad getötet! Der Luca, der wollte mich trollen! Da wurde grad einer getötet! Ich schwöre ich war's, also ich bin's nicht! Fabi, ich glaub dir! Aber nur weil du ein Franzose bist! Und dem nicht! Ich glaub nicht du wärst in der Lage jemanden zu töten! Ich meine, wenn Luca hat gemeint geht, ja, macht man Fake, hat sich in das Haus versteckt und als Perry gefragt ob er noch lebt dann... Ich glaub dir, so ist es! Warum? Weil du da bist, wo grad jemand getötet wurde! Weil du da bist, wo grad jemand getötet wurde! Ich war eben gerade ganz woanders, ich weiß gar nicht wo jemand getötet wurde! Aber woher weißt du, dass hier... Oha! Du hast eben grad sowas gesagt, ich bin noch bei jemandem! Johnny! Johnny! Na auf, Johnny! Na auf, Johnny! Wer wird D-D-Su denn verfolgt? Hahahaha! Renn D-Su! Hör auf, wenn du nicht geschlossen hast! Hör auf, dass du Traitor gerät! Hör auf, dass du überall man hochst und du identifizierst, einfach die Leiche so! Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf! Hör auf, hör auf! Fabi, hör auf, hör auf! Hör auf, hör auf! Ich hab jetzt gesagt, also hab ich gedacht du bist Traitor! Yo Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen! Wenn ja, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da! Oder kommentiert das Video! Hier oben habt ihr jetzt nochmal ein DayZ Video und unten den letzten TTT Part! Haut raus!